Heyo, was geht auf YouTube? Und ja, endlich ist es soweit, endlich lade ich das Video zum Monte-Turnier hoch. Es geht direkt los im Hintergrund mit der ersten Runde, die wir gespielt haben. Die habe ich dann auch direkt gewonnen, steht ja auch im Titel, deswegen wisst ihr es ja schon, da nehme ich euch nichts vorweg. Ja, das heißt, ihr werdet jetzt erstmal die erste Runde sehen, ein bisschen zusammengeschnitten. Warum ich das erst so spät hochlade, ist einfach, weil ich Monte das zuerst hochladen lassen habe, weil es ja sein Turnier war. Nach der ersten Runde gibt es ein paar Clips von den anderen Runden, das ist auch von der Duo-Runde mit Reapers. Genau, Monte, verlinke ich euch ganz oben in der Beschreibung, falls ihr ihn nicht kennt, der macht öfter solche Turniere. Ich haue euch da mal seinen YouTube-Kanal und auch seinen Twitch-Kanal rein. Und von Reapers auch den YouTube-Kanal mit Reapers, das ist ja auch ein richtig kranker Spieler. Mit dem habe ich dann im Duo-Turnier ein bisschen zusammengespielt. Ja, da würde ich sagen, lasse ich euch jetzt auch schon alleine mit dem Video. Danke für die abnormal krasse Bewertung auf dem letzten Video, das war echt heftig. Hätte ich niemals mitgerechnet, mal wieder 1000 Likes zu packen auf einem Video, das ist mega krank, dankeschön. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Video gefällt und ihr hier auch wieder eine Bewertung da lasst. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Ja, ne Pump. Fuck it, eh. Hier werden jetzt so safe welche kommen. Ich blick halt nicht von wo der gerade geschossen hat, das ist richtig eklig. Vielleicht mal schauen, dass ich... Ah, da kommt er doch. Eigentlich so dumm von mir hier zu kämpfen. Das war's. Nicht so viel Airmonie. Ist doch locker Tim oder Raypoo, Mann. So ein Wichser, Raypoo. Ohne Scheiße, wenn du das siehst, ey. Geier. Ja. Ich hab ja keinen Wunnen mehr im Werfer. 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 Man kennt's. Kein dickes Shield für mich. LOL! He. Oh moin. Lecker. We're back in our zone, ja, also scheiße. Das wär halt mega belastend, wenn er jetzt den Vorteil hat. Ich hab ja keinen Wunnen mehr im Werfer. Da ist er. Ich hab ja keinen Wunnen mehr im Werfer. Oh mein Gott, ich bin zu nervös, Alter. Den Snipe darf ich nicht verfehlen. Oh, bruh. Oh, bruh. Feuer mit Feuer bekämpfen. Ah, ha. Ich glaub nicht, wie nervös meine Hände sind. Monta, gib mir dein Rentengeld. Rentengeld. Dafür zahlen wir alle in die Rentenkasse. Wo haben wir in der Hände, Mann? Wow, WTF. Sehr egal. GG. Da wird das Rentengeld eingefahren. Hier, alles in die Tasche von Pain. 100 Euro Vivax. 100 Euro Vivax. Aha, Pain. Ja. Aha. Ansage, oder? Wie, was für Ansage? Ich hab's gecallt. Ja, gut, aber wie gesagt, Beleidigung. Na, Beleidigung. Sei es mal nicht so ein beleidigter Rentner. Da möchtest du jetzt noch eine Entschuldigung hören. Okay. Ja gut, dann kannst du die 100 Euro sonst wo hinschmieren. Ich brauch die 100 Euro grad schon dringend, denn ich hab nur Vivax aufgeladen. Dann gehör ich die Entschuldigung noch raus. Ja, ich hör sie jetzt gerade nicht, Digga. Sag mal, oh Bruder, ich hör nix. Entschuldigung. Für was nochmal? Ich weiß nicht, Entschuldigung kann man ja so sagen einfach. Entschuldigung, dass ich dich Rentner genannt habe, Opi. Nee, okay, gut. Das klären wir dann anderes Mal. Trotzdem, aber gut gespielt, Digga. Aber die zwei Headshots, ich hab live zugeguckt, die zwei Headshots, Digga, hättest du in der normalen Runde wahrscheinlich gemacht. Ja, hätte ich auch. Ich war zu nervös. Das war echt. GG, Digga. Ja, GG, Mann. Auch lustig, dass ich dir... Es kam aus. Ja. Wie, was schreiben die die Facecam aus oder was? Was bist du dafür? Ich dachte, ich hab meine Facecam aus dem ausgemacht. Nee, was meinst du? Ich weiß nicht. Ja, 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 ja. Was? Ich weiß nicht. Wie, was écrit? Das war's aicker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's wohl komplett, mein Junge. Ich liebe dich, Isa. Tut mir leid. Wie sind denn die anderen beiden? Siebener Hit, lol. Kamu lebt noch. Ja, sicher. Also Reapers, Isa, Raypo, meine Kales und Kamu lebt noch. Ey, wollt ihr mich eigentlich komplett ficken? Kann ich nicht auch mal einen Gegner kriegen, der nicht absolut der beste Spieler der Welt ist? Kamu dann in dem anderen Turm dran. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wo er mir geist, Digga. Der macht mir Angst. Er ist unten, glaube ich. Irgendwo, er ist unten in der Garage, Digga. Die sind unter mir irgendwo. Ich hab den, Omega. Perfekt. Ich finish ihn. Weg. Die ist, glaube ich, genau unter mir. Pass auf, Digga. Nice, man. Sauber, Junge. Sauber. Sehr richtig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020